Die Reise heißen Thailand ist Laiband Heute treibt es die Reisehaiseln auf die Pipi-Insel. Diese liegen in der Andamanensee vor der Westgüste Südthailands und gehören zur Provinz Krabi. Die Inselgruppe besteht aus zwei Hauptinseln, Koh Pipi Don und Koh Pipi Lei. Koh Pipi Don ist die einzige bewohnte Insel und misst gerade einmal 8 Kilometer in der Länge bei einer Breite von 3,5 Kilometern. Dort befinden sich auch alle Unterkünfte, Restaurants und Geschäfte. Um an abgelegene Strände zu gelangen, ist der Umstieg auf ein Longtailboot, welcher als Wassertaxi fungieren, nötig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die auch heute noch eher beschauliche und ruhige Atmosphäre der Insel lässt viele Reisende inzwischen von Koh Samui auf Koh Pipi Don ausweichen. Der Tourismusanteil steigt aber auch hier stetig und von Jahr zu Jahr. Pipi Lei dagegen ist unbewohnt. Hier befindet sich unter anderem die berühmte Maya Bay, in der The Beach mit Leonardo DiCaprio gedreht wurde und die bei keinem Ausflug fehlen darf. Seither pilgern in der Hauptsaison zwischen November und Februar täglich tausende von Touristen nach Koh Pipi. Auf den Inseln gibt es keine Straßen oder Autos. Alles wird zu Fuß oder mit dem landestypischen Longtailboot erledigt. Der berüchtigte Monkey Beach befindet sich nur wenige Meter von Koh Pipi entfernt. Dennoch ist er nur mittels Wassertaxi bzw. einem Kanu erreichbar. Man kann sich entweder ein Kanu für 100 Bad pro Stunde am Strand leihen und zum Strand paddeln oder sich für das Wassertaxi entscheiden. Die letzte Variante kostet knapp 700 Bad für die Fahrt. Highlights des Strandes sind die vielen Affen, die den Strand nahezu unsicher machen. Doch Vorsicht! Füttert die Affen nicht, da diese leicht aggressiv werden können. Verstaut auch eure Wertsachen gut, denn die kleinen Kerle stehlen alles, was ihnen in die Finger kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind gerade auf den Pipi Islands angekommen bei unserem Hotel. Bernhard checkt gerade ein. Das Ganze sieht schon viel entspannter aus als Phuket oder Khao Laki. Reisepass? Reisepass? Den habt ihr ja hier, oder? Nein, was so! So, weiter geht's mit einem fahrenden Taxi. Auf den Inden. Auf den Inden. Wie war die Fahrt mit dem Blanc-Tail-Boot? Ja, gut, angenehm. Hinter uns fährt ein Goldwagerl mit den Koffern. Also, es ist echt bequem. Man muss hier nur aus dem Blanc-Tail-Boot aussteigen und dann hat man gleich ein Pickup und wird direkt zum Hotel gebracht. Ja, da fahren wir zum Pool, okay? Da muss ja nichts gehen. Oh no! Das ist ein Thema. Das ist ein Thema. Das ist ein Thema. Oh no! Das ist ein Thema. Oh no! Wo kommen unsere Koffer? Das stecken wir schon aus, oder? Ja, wir sind schon da. Eine Fahrt von 30 Sekunden. Also, wir sind jetzt in der Bar auf Pippi Island. Und wir haben eine Bootstour gebucht. Sprich, wir mieten uns ein Boot und fahren einfach dort hin, wo wir wollen. Wir haben alles mögliche mit, ohne Equipment und so weiter. Alles mit dabei. Wir haben euch einfach wunderschöne Strände präsentiert. Da, rechts! Der Trolli, unser Verwirrter, geht sich schon wieder nicht aus. Bleibt sich da ab mit seinem Drohnenkopper. Wunderschönes Hemd daran. Und für uns geht es gleich auf einen weiten Trip. Ah, Wasser! Wasser! Der muss mir die Schuhe ausziehen. Ja, stell die Drohne da wieder hin. Der Trolli geht wie immer mit Schuhen auf den Strand. Das ist verheerend. Warum man das macht, weiß kein Mensch. Aber er sagt, er sieht damit unglaublich stylisch aus. Deswegen, ja, was auch immer, er damit bezwecken will. Ich finde, er ist ein Volltroppo. Wer geht jetzt schon mit Schuhen am Strand? Ich meine, dass wir uns hier geschissen haben. Ich hoffe, er hört mich nicht. Jetzt werden wir schauen, wie wir da raufkommen ohne nass zu werden. So, die Fahrt beginnt. Ich denke... Ich bin so süß. Das Wagen ist 700 Baht pro Person. 700 Baht pro Person. Kostet ein paar. Dafür kann man sich ein Droht für 3 Stunden schnitteln. Hör jetzt aufzureden, weil man versteht nicht. Wir sind gerade in der Drohne, also ich bin mit der Drohne geflogen und dass wir über den Nationalpark von Kopipi, wo eigentlich Drohnenflüge nicht erlaubt sind, ja und wie das Schicksal so wollte, das Karma, ist mir beim Kanten des Fliegers im Boot die Drohne ins Wasser gefallen, im fassen Sinne des Wortes, ihr Schnitzel, sie hat eigentlich keine optischen Schäden, ich hoffe, wenn sie trocken ist, sobald sie trocken ist, dass das die Elektronik überlebt, also morgen werden wir mal kurz testen, ob die Drohne noch funktionsfähig ist, zur gleichen Uhrzeit an einem völlig anderen Ort, da geht es heute besser, eine Viertel Kokosnussschale, und die montiere ich gerade an das Seil, damit ich dann etwas zum draufsteigen habe, oder dickeres, dickeres Schäden. Und du glaubst, das funktioniert dann so? Ich hab mir ein Video jetzt angeschaut, ich glaub, das funktioniert ganz gut, da braucht man eigentlich fast keine Kräfte, das ist wie Treppensteigen. Jedes Mal, wenn man auf diese Schlaufe draufsteigt, man hat ja zwei Schlaufen, eine rechts, eine links. Rechts hier, links da, und man zieht den Fuß nach oben, lockert die Schlaufe, während die andere noch hält, zieht man sie fest durch das Gewicht, zieht sie sich automatisch um den Stamm, und dann kann man mit dem Rechten das gleiche Spiel machen. Klingt kompliziert, bis am Anfang. Na, wir werden sehen. Oh, oh! 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 Der Schwingenschlügel, woher können Sie so gut kämpfen? Das habe ich in einem fernen asiatischen Land gelernt. Den Namen weiß ich nicht mehr, aber das waren Einheimische und die haben sich mit diesem Kampf verständigt. Wenn einer den anderen gesehen hat, hat er gleich in die Fresse gekriegt und der andere hat dann gesagt, Aua Wichser, aber süß heißt, das war so eine einheimische Tradition und von denen habe ich das gelernt. Das ist aber meine Erfindung, die werde ich nur patentieren, also wenn Sie es nachmachen, dann aufpassen, weil jeder hat einen Anwalt, selbst die, die nichts verdienen. Demonstrieren nochmal. Das Geile ist, du kannst den Haxen währenddessen festhalten, also wenn du den Haxen nicht hast. Ich habe ja vorher vom Land einheimisch erzählt, wo ich die Kampfkunst gelernt habe. Und das ist jetzt der typische Soldatenhut dort. Das ist auch so eine Ehre, den zu tragen, das ist wie so eine Krone, die man dort trägt. Also der, der das hat, der ist der Mächtigste und deswegen trage ich es auch, der ist der, der die Kampfkunst wirklich beherrscht. Und das ist die ZAKARA. Damit ist es nicht zum Spaß und das ist arg, das habe ich mir zusammengebastelt, aus einer Rinde, von einer Palme, das ist eine Palmenrinde und das ist eine Schnur. Ist das ähnlich wie das Palmöl da? Bitte? Ist das ähnlich wie das Palmöl, was die da ist? Ja ungefähr, ja genau, nur halt ein bisschen älter, weil das ist schon, man sieht, die Qualität ist jetzt nicht top, aber es reicht schon. Die Kabelbinder, die habe ich auch gefunden. Die liegen überall aneinander. Und das ist dann so, da hat man zwei Sendeantennen, mit denen man den Gegner gleich auf einem Meter wahrnimmt. Ja, da sitzt einer. Der dient auch als Darnung, also wenn man sich versteckt irgendwo. So. Warte, ich nehme einmal. So. Ja, schau. Schau das an. Und? Siehst du mich noch? Nein, sag, siehst du mich noch? Schau, wie, wie? Du kannst dich ganz klein machen. Ja. Siehst du mich noch? Nein, ich würde sagen, sie sind quasi Unsicht. Ja, so ist. Und jetzt pass auf. Jetzt schleifst du dich da an, weil du glaubst, da ist nichts, oder? Und jetzt auf einmal. ZAKARA! Ich bin da gesessen. Was ist passiert? Hier muss nur gewaschen werden. Da sind Viecher. Geht's Ihnen gut? Aber wenn es jetzt wirklich in der Action raus wird, das hätte alles keinen Sinn. Das ist so brutal, das dürfte man nicht auf YouTube veröffentlichen. Also da hat keiner eine Chance dann gegen sie? Nein, nein, nein. Das sind auch die ehemaligen, Sie gesehen, da siehst du, die ehemaligen Kampfverletzungen aus dem Vietnamkrieg, oder? Das ist übrigens auch eine Waffe, ja? Das ist super als Waffe geeignet, weil, wenn du die irgendwo ranpirscht, nicht vergessen, am Fuß, gell? Du kannst schleichen. So, schau. Ganz langsam. Ganz langsam. Und wenn du ihn dann haust, dann nimmst du ihn. Jetzt spüle ich ihn. Also, ich schleif mich gerade an. Jetzt kommt er. Mit der Schlaufe. Puh! Und zieh da. ZAK! 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 Einfach anziehen und abschleppen. Das heißt, der Motorboot heißt, anbinden und abschleppen. Wann werden Sie dieses Teil verkaufen? Es ist noch erst in der Ausbauphase. Wie man sieht, das löst sich ein bisschen. Da schau, den Kabelbinder hat es mir schon wieder. Das dauert sicher noch zwei Stunden. Aber sobald das typisiert ist, 300 Euro. Und ja, wie gesagt, Abschleppseil inklusive Waffe am Fußträder. An Indianerhut oder Sonnenhut oder wie man das nennen will. Mit Sensorantennen, wo du die Gegner schon spürst, wenn sie einen Meter vor dir stehen. Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 Jetzt wird es schon anstrengend, gell? Nach 36 Sekunden. Weiter, 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 nicht aufhören, nicht stehen bleiben. Ja, neuer Rekord von der Höhe. Schaut gut aus, Affe. Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Ja, es geht nicht. Boah, ist das anstrengend. Bist du teppert. Ah, das ist der abnormale Wahnsinn. Puh, es brennt wie ein Sonnenbrand. Jetzt brauche ich eine Abkühlung und dann Versuch Nummer zwei. Ja, aber wie kommst du runter? Ja, es geht sogar. Zuerst montiere ich das eine Gimbel an der besagten Kokosuspalme. Das ist ein sogenannter Seemannsknoten. Und wenn man daran zieht, wird die Schlaufe kleiner. Auch sehr wichtig dazu zu sagen, ich habe mich jetzt einmal wirklich ordentlich angezogen, weil durch die gescheiterten Fehlversuche habe ich mir auch körperliche, offene Wunden zugetragen. Ist nicht schön, es sind zwar nur Schürrverletzungen, aber die brennen Tage danach auch noch. Also man kann sich sowas sparen, indem man sich ordentlich anzieht. Handschuhe, langärmliches Shirt oder Weste, Jeans. Eine Jeans ist sehr reißfest. Und feste Schuhe. Ganz wichtig. Ganz wichtig, feste Schuhe. Und gebt euren Schmuck runter. Also Uhren, Ketten, Halsbänder, alles runtergeben. Okay, aber wie ihr seht, das ist jetzt wie eine Treppe, die ich gebastelt habe. Wenn ich einen Fuß entlastet, ziehe ich die Schlaufe hoch. Wenn ich, sobald ich der andere Fuß entlastet wird, ziehe ich die zweite Schlaufe hoch. Und das geht jetzt ewig lang so weit, dass es dauert halt länger im Vergleich zur anderen Methode. Aber wir machen es jetzt einfach. Ich werde kurz um das Turnieren, damit ich das rauf schieben kann. Das Gute ist, man kann immer wieder eine Pause einlegen. Es ist anstrengender, als was es aussieht. Da unten rät, gut runter, gut stehen. Wolltest du uns jetzt mal selbst holen? Ja, gut. Ich bin auch immer. Komm, ich höre vor Ganglern? Ja. Wir müssen da unten bleiben. An und her, klettert einfach noch rauf. Ja, das ist bequem. Ja, das ist wirklich. Ja, das habe ich gehört. Wie geht es dir da oben, Daniel? Ja, gut. Heiß ist mir. Wie geht es dir da oben? Höre her! Lüfte Luft da oben! Schütt! Ich schwöre es euch, ich probiere das einfach. Richtig. Besser als sieben Tage danach geführt. Du freust dich schon auf Abendessen danach? Der wäre nicht mehr. Wenn der Liter Wasser sagt. Wenn du da reinsteigst, dann bist du bei der Hälfte. Jetzt bist du schon über der kleinen Palme. Ok, ich breche ab. Was ist los? Meine Kraft belast mich. Warum? Ich muss aber wieder runterkommen. Das geht nicht. Das gefühlt schon genau, aber es ist so heiß und ich schaff es nicht mehr. Aber er ist schon relativ weit oben gewesen. Also muss man immer anrechnen. Erfolgreich runter angekommen. Sein Equipment hängt noch immer an der Palme. Aber auf das scheißen wir, würde ich behaupten. Und wie war es? Es war extrem. Das runterkommen ist extrem anstrengend. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin nicht ganz nach oben gekommen. Leider. Es sind glaube ich so 13 Meter, die die Palme hat. Ich bin gerade einmal bis zur Hälfte gekommen. Mit diesem Mechanismus, das ich gebastelt habe. Das klappt sehr gut. Man braucht wenig Kraft. Das einzige, was wirklich darunter leidet, ist die Ausdauer und die Hitze. Das hat so eine abnormale Hitze da oben gehabt. Man schwitzt, man ist außer Atem. Obwohl man fast keinen Kraftaufwand braucht. Koordination, das Ganze auszubalancieren die ganze Zeit. Weil man hat ja zwei Seile, die man unterschiedlich belastet. Und sobald man das eine Seil entlastet, braucht man diese Hebelwirkung, wo man sich dann wirklich mit dem Fuß nach oben hebelt quasi. Um die Schlaufe auch nach oben zu ziehen. Und ich habe jetzt insgesamt eine Stunde gebraucht. Und ich habe es gerade einmal bis zur Hälfte geschafft. Mit zwei Sachen, die ich mir gebastelt habe. Hat super funktioniert. Aber man muss auch manchmal etwas riskieren. Ich finde, diese Erfahrung hätte ich nie gemacht. Und ich würde jetzt diese Meinung nicht vertreten, dass das extrem hart ist. Weil es sieht immer sehr leicht aus, wenn ich es nicht selbst probiert hätte. Das ist ein Klimanlager im Schast. Schönen Abend wünsche ich euch. Das ist ein Klimanlager im Schast. Für mich war es crucial. Nur die Schicksals in Schirf zu verbrechen. Das ist ein Klimanlager im Schub. ChIDE niviert, ich für mich nicht. Das ist ein Klimanlager im Schub. Das ist ein Klimanlager im Schub.